Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass Sie wieder live so früh dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann offiziell nochmal guten Morgen Thorsten. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn ich den jetzt nicht annehme, ich habe hier zwei Button. Mein Bildschirm übertragen oder noch nicht. Wenn ich jetzt auf noch nicht drücke. Da musst du eine Geschichte erzählen. Ups, das willst du nicht. Dann drück ich lieber drauf. Das willst du nicht wirklich. So, guten Morgen in die Runde. Wie man sieht, einen Teil verstecke ich noch hinter der Brille, aber wir können wieder normal auch mit Bild arbeiten. Noch ein bisschen knubbelig das halbe Gesicht, aber es ist auf dem Wege der Besserung. Es hat nur vier Wochen gedauert, aber es funktioniert wieder. Gestern noch beim Friseur gewesen, noch ein bisschen schick gemacht für die Gemeinde. Rasieren ist erst am Wochenende dran, deswegen etwas Nachsicht. Eins von weg. Ich hoffe, wir kriegen noch einen passenden Link dazu, den mir noch jemand zur Verfügung stellen wollte. Weil wir etwas zur Verfügung gestellt haben, was glaube ich den ein oder anderen interessieren könnte. Wir haben beschlossen, wir machen ja jeden Morgen unseren Plan hier. Wie man sieht, ist der sogar für heute schon ausgereizt. Für die Jungs, die gestern in den Webinaren dabei waren oder auch für die, die nicht dabei waren, da ich zwischendurch ein kleines Problem hatte, einmal hier den Plan von gestern. Das war unser Handelsplan von gestern. Im Euro wollten wir runter bis an die 1,1270, maximal 1,1264. Stops für die Long-Positionen, die wir hier unten eingehen wollten oder auch eingegangen sind, sollten unter der 1,1257 platziert werden. Und das ist die blaue Route und 1,1270, 1,1262 und dann hoch über die 1,1333. Die umständliche Route wäre 1,1315, 1,1328 gewesen. Erst hoch, dann runter und dann hoch über die 1,1335. So war der Plan für gestern angedacht. Dann haben wir, guck mal, da ist der Link, den können wir vielleicht mal einstellen, oder? Ja, den kannst du gerne kopieren und an alle schicken. Ach, du darfst das nicht. Ich probiere mal, wie das geht. Wir, wie gesagt, hier runter, dann hoch, umständlicher Weg hoch, runter, dann hoch. So, später erinnern. Diesen Weg, den hat er gestern dann etwas übertrieben. Und zwar haben wir hier unten, da haben wir die 57. Woher die kommt, das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben gesagt, die 57 als Maximum für die Stops. Und haben als Entry da die 62 bis 64 gehabt. Da haben wir die 64. Dieser Bereich hier wurde für die Long-Position benutzt. Danach ist er dann nach unten durchgeschmiert, hat uns rausgeschmissen. Und dann gab es einen kleinen Dämpfer. Den Rücklauf, als er uns dann dieses Muster hier gebaut hat. Dieses Muster hier. Das. Und dann das hier. Und dann den Schlusskurs, wie der hier in diesem Bereich gemacht hat. Hier wieder runtergelaufen und dann nochmal hier runter. Haben wir gesagt, das Setup bei 112, 64, 112, 62 ist immer noch gültig. Und wir haben dann bei 112, 63, 112, 63, 3 gelongt. Die Stops lagen dann bei 112, 78. Bei 112, 78. Also dorthin haben wir unsere Stops dann. Da. Ich ändere hier mal schnell die Farbe. Damit man, kann man das überhaupt nachvollziehen, was ich hier gerade erzähle? Hier war der Entry und die Stops haben wir dann auf die 78 gelegt. Als unsere Zielbereiche kaputt gemacht wurden, haben wir gesagt, okay, als wir hier wieder eingetaucht sind, das war hier eine Marke von gestern. Und dann hier hochgelaufen und haben wir gesagt, Stops jetzt hier unter die 112, 78 und da bleiben sie dann erst mal liegen. Das ist dann immer schön, wenn man so eine Geschichten erzählt. Der ist dann hochgelaufen hier bis in das, bis an dieses Maximum. Da, bis an die 1,13, 63, das heißt die Position 100 Punkte vorne. Dann ist er zurückgelaufen und dann wollte ich was verändern. Und das habe ich dann auch. Und bei dem Verändern habe ich meine Position aus Versehen rausgeschmissen gestern hier. Hier habe ich sie aber danach an der gleichen Stelle wieder neu platziert. Den Stop haben wir heute Morgen festgelegt, geht für diese Position jetzt auf die 1,13, 18. Also kommend von der 1,12, 63 auf die 18, dann sind wir bei 55 Punkten abgesichert. Hier bitte nicht irritieren lassen von diesem Entry. Wir sind bei der 1,12, 63, 3 rein. Und ich habe gestern in dieser Abwärtsgeschichte, gestern Abend, als ich drinnen herumgefummelt habe, die Position aus Versehen geschlossen und wieder reingesetzt. Und damit sind wir auch schon bei dem Plan für heute. Wir gucken mal, wir hatten, jag ich jetzt mal lieber nicht drinnen rum. Ja, wir haben als Ziel hierfür letzte Woche schon mal ausgemacht, dass wir als erweitertes Ziel oben die 1,14, 07 haben. Und diese 1,14, 07 hier oben, ich lege sie mal rein, die hat durchaus das 1,14, 06, die könnte für heute durchaus als Ziel oben fungieren. Diese Marken bitte mitschreiben. Die 1,14, 06 sollte für diese Position erst mal das Ziel sein. Auf jeden Fall, wenn wir hier hochlaufen sollten, in diesem Bereich 1,14, 07 und die nicht gleich im Stundenschart durchschlagen wird, kaputt gemacht wird, dann sollten wir darüber nachdenken, diese Position eventuell rauszunehmen. Diese Analyse oder diese Aussage lag zugrunde, dass wir hier die Aufwärtsbewegung komplett gemessen haben. Diese Aufwärtsbewegung war hier bis zur 61,8 auskorrigiert. Bis dahin, hier hatten wir die 61,8. Ich lege auch hier mal ein bisschen was rein, was unsere Analyse gestern hergegeben hat. So, jetzt können wir den Fibu nämlich wieder rausnehmen. Das waren unsere beiden Marken, deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben den Bereich 64, das war die Analyse hier von gestern. Diese Marke hier unten war die 64, die 62, die wir dazu geschrieben haben, war die Marke von einem Tag vorher. Da hatten wir das untere Ziel bei der 62 und die 66 kommt hier aus der Fibu-Geschichte. Das heißt, 66 ist eine Fibu-Marke, 64 ist ein Zielbereich, 62 ein Zielbereich aus dem Tag vorher und 57 ist eine Marke nach unserem Fibu, den wir benutzen. Deswegen sollten die Stops da drunter. Wir haben gestern Morgen im Webinar noch analysiert oder festgelegt, dass dieses Tief hier sogar unterschritten werden darf mit einem Spike und dann sollte der Rücklauf ziemlich schnell erfolgen. Auch das ist da erfolgt. Mal an die, die in den Webinaren immer dabei sind. Welche Position hatten wir denn noch im Markt? Welche Position hatten wir noch am Laufen, welche gestern geschlossen wurde? Wer führt denn ein sauberes Buch? Wer schreibt denn sauber mit? Oder wer handelt denn sauber mit? Und hatte die vielleicht sogar bis gestern noch drinne? Mal gucken, ob hier überhaupt einer, ne? Ups, Tasse verkehrt rum? Och nö. Welche Marken hatten wir noch im Markt im Euro? Ein Long Setup hatten wir noch drinne von der, von wo? Von der 1.11.95. Wir haben hier dieses Tief letzte Woche. An der 1.11.95 haben wir diese Nummer ebenfalls gelongt. Die Hälfte haben wir rausgeschmissen. Ede guckt bestimmt gleich mal in seine Tabelle und in der Performance-Tabelle, die wir euch am Wochenende, am Sonntag, näher am Montag oder so zugeschickt haben, seht ihr die Position noch drinne. Wir haben diese Position hier zu 50 Prozent von hier kommend geschlossen und haben gesagt, die andere Hälfte schließen wir, wenn wir einen Schlusskurs in fünf Minuten unter der 1.12.62 bekommen. Das heißt, die zweite Hälfte von der 1.11.95 kommen, ist auch hier an der 1.12 unter der 1.62 geschlossen worden. Und dazu müssen wir uns angucken, Schlusskurs unter der 1.5 Minuten unter der 1.12.62 und das war gestern genau hier mit dieser Kerze. Und da der Schlusskurs hier drunter gewesen ist, ist meine Position bei 1.12.60 geschlossen worden. Das heißt, die zweite Hälfte mit 65 Punkten. Mit dieser Performance und mit diesem Hintergrund starten wir mal in die Analyse für heute. Auf jeden Fall im Euro. Erstmal sind Fragen zu dem, was ich jetzt geballt hier zusammengebackt habe. Immerhin, die 1.11.95 ist bei keinem angekommen. Über 100 Leute drin und bei keinem ist die 1.11.95 weiter angekommen. Ansonsten hätte sie ja der eine oder andere noch drinnen und würde sie auch noch laufen lassen. Außer Patrick und Ede. Sind Fragen dazu, zu dem, was wir jetzt zusammengefasst von den letzten Tagen hier erklärt haben? Mein Lieber Sven, damit meine ich die 6.60. So, ich stehe nur mit dem SL auf Kriegsfuß. Ja, SL ist auch was für Mädchen, ne? Okay, wir haben genau zu diesem Thema, haben wir ein Webinar verfasst. Und ich kopiere mir nur mal schnell was und schreibe das jetzt mal hier rein. Und zwar haben wir von vielen, in vielen Webinaren haben wir das Problem, dass die Teilnehmer das nicht nachvollziehen können, was wir hier machen. Ups. Ist das Fenster weg? Ich kann ja mit der Technik nicht so umgehen. So. Viele Fragen tauchen jedes Mal auf, was wir hier machen. Was machen wir hier? Wie, wo, wie, wann wendet ihr was an? Welche Stops wendet ihr an? Und, und, und. Dem wollten wir vorbeugen und ich stelle euch hier mal dazu eine Beschreibung, einen Link rein, der da jetzt zur Verfügung steht. Okay, der ist jetzt ein bisschen ausführlicher, da hängt noch ein bisschen was dran. He, 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 das müssen wir gleich nochmal ändern. Manchmal bin ich ihm zu dusselig. Zack, einsetzen und senden. Denn da ist er. Ich habe euch einen Link in das Chatfenster und hier in das Fragenfenster gepackt, den könnt ihr euch mal angucken. Und zwar haben wir bei uns in der Gruppe, bei uns im Club beschlossen, ein ausführliches Webinar Ende des Monats, also in circa zweieinhalb, drei Wochen zu machen, wo wir genau diese Geschichte hier komplett auseinanderpflücken. Nach dem Motto, wann handeln wir was? Wann handeln wir Zielbereiche? Wann handeln wir Euro Pro? Wie verwenden wir welche Stops? Welche Ziele? Wann ziehen wir die Stops nach? Wie ziehen wir die nach? Das haben wir, oder arbeiten wir jetzt komplett aus, wie ich das ansetze, wie ich das anwende. Achso, das kann ich natürlich auch machen. Da ist die Beschreibung dazu. Kann man die sehen? Jo. Euro Pro Performance verbessern, beständiger, sicherer Handeln und so weiter. Hier ist die ganze Beschreibung drin, wo wir, was wir für dieses Thema ausarbeiten und wie wir damit umgehen. Könnt ihr euch anmelden. Hier unten ist ein Link dazu drin. Das Ding ist auch verlinkt. Wer möchte, kann sich gerne dazu anmelden, damit wir das besser umsetzen können. Gerade für Jungs, die Kummer haben mit dem SL. Wann benutze ich jetzt was? Nehmen wir mal dieses Beispiel gestern, wo wir die 1.1264 gestern nach unten anlaufen wollten, dann kaufen. Es geht ganz klar gegen unser Regelwerk. Es geht gegen unser Euro Pro, weil zu diesem Zeitpunkt war alles stramm rot. Und trotzdem haben wir dafür plädiert, erst mal diese Geschichte zu kaufen, obwohl alles dagegen lief. Wir haben das hier an diesem Zielbereich auch getan. Diesen Fake nach unten, den mussten wir in Kauf nehmen. Und hier sehen wir, hier haben wir uns schon wieder in den neutralen Bereich begeben. Haben unseren Zielbereich nach oben zurück erobert. Und hier konnten wir das zweite Mal longen. Es funktioniert eben nicht immer im ersten Anlauf, aber im zweiten doch ganz gut. Diese Position ist jetzt ganz entspannte, knappe 100 Punkte vorne. Wenn man dann vorher mal einen Dämpfer kriegt mit 8 Punkten Verlust oder so, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht schlimm, wenn man danach dann so eine Langstrecke machen kann. Und diese Langstrecke, die war gestern geplant. Ja, Carsten, wer so eine Freundin hat, braucht keine Feinde. Das werten wir beide mal aus bei einem Bitburger. Oder zwei. Oder drei. Unser Ziel ist es ja, hier mit engen Stops uns in den Markt einzukaufen, das Ding nach oben laufen zu lassen und dann schnell an einem bestimmten Punkt die Stops auf das Tagesziel zu ziehen, um das Tagesziel nicht mehr zu gefährden und ab da das Ding dann laufen zu lassen. Und das Ding haben wir dann laufen lassen und das ist jetzt auch das Ergebnis. So, jetzt nehme ich diese ganze Geschichte hier mal raus, um uns nicht weiter zu verwirren. So, und die macht er jetzt natürlich nicht. Warum nicht? Doch, da haben wir sie. Und hier haben wir unsere Marken für heute. Unsere Stops liegen bei der 18. Diese Stops haben wir platziert unter diesem Zielbereich. Das heißt, diese Strategie... Das heißt, diese Strategie... Diese Strategie... Das sagen wir dir nicht, Lutz. Die wir hier handeln... Wir haben hier die Zielbereiche bei der 1.13.31, bei der 1.25, bei der 1.22. Wenn wir diese Nummer hier nach oben durchlaufen, dann haben wir für heute den Plan oder die Gefahr, die Möglichkeit, dass wir diesen Verlauf kriegen. Ab jetzt... Einmal nochmal kurz da hoch, dann runter, hier drunter nochmal abräumen und dann nach oben durch. Eventuell sogar noch ein kleines Stück weiter... Der Karsten hat gar nichts geschrieben. Der Karsten ist böse. Und da du in die gleiche Kerbe haust, erzählen wir dir das nicht. So. Ich weiß, dass ihr euch über WhatsApp parallel verständigt, ihr Nasen. So. Diesen Weg hier runter bis unter die 31, vielleicht 25, maximal 22, um dann wieder nach oben durchzugehen. Damit müssen die Stops für dieses Szenario in Rot, das ist das, was wir am Laufen haben, 1.13.18. Wir können dem nach unten, können wir dem locker etwas Luft geben unter die 22. Die vier Punkte geben wir ihm einfach für die bestehenden Positionen. Das macht dann 37, 45 gleich 55 Pips in Red. 1.13.18. Da unten liegen jetzt unsere Stops. Die blaue Route, die ich jetzt mal einzeichne, die wir ebenfalls bekommen könnten, sieht den Lauf bis dahin vor. und dann direkt hoch. Für die Jungs, die noch nicht die noch nicht im Markt platziert sind und nur ihr Tagesziel, ich spreche jetzt ganz bewusst bei dem Patrick zum Beispiel an, Da, die noch nicht im Markt sind, können diese rote Route sogar ins Auge fassen. Ich würde für diesen Fall jetzt, die Position von gestern läuft, mit Stops bei 1.13.18, 55 Punkte, Wochenziel. Wochenziel haben wir schon lange drin, brauchen wir nicht mehr lange drüber nachdenken. Deswegen würde ich jetzt die Strategie wechseln und hier oben bei der 1.13.69 mit... Dein Bild ist weg. Ich sehe das gerade. Weiß nicht warum. Weil OBS beendet wurde. Jetzt wird er da. Er hat einfach den Bildschirm geklaut hier. In diesem... Danke für den Hinweis, Nelson. Und deine Kamera, der Winkel der Kamera hat sich auch verändert. Man sieht jetzt mehr vom Hintergrund. Ist er aufgeräumt? Kann man nicht sehen. Gut. Ich würde in diesem Fall jetzt in einer separaten Strategie und die würde ich jetzt hier auch versuchen einzufügen. Handel, welchen haben wir heute? Zehnten, ne? So ist das. So. So. Na komm. Ich würde nämlich jetzt in diesem Fall hier meine eigene mittelfristige Position hatchen. Ein nachlaufendes Hoch würde ich hier... Na komm. Schauen wir uns das mal live an. Zielbereich hier oben, die 1.69 schon mal sauber angelaufen. Jetzt 1 Minuten Chart. Komm. Umkehr. Und unter dieser Umkehr lasse ich mich einstoppen. Alternative ist hier oben ein nachlaufendes Hoch. Dann muss ich aber schnell sein, die da unten dann zu löschen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegen wir hier ein nachlaufendes Hoch. Dann krallen wir uns die da oben. Die kann er ruhig ein Stück mitschleppen. Super. Habt ihr gesehen, was ich falsch gemacht habe? Ich habe für diese Zwecke gerne den Euro-US-Dollar drinne. Ich hatte das falsche Instrument drinne, weil ich das zum Analysieren benutze, weil ich das nicht handeln kann, damit mir da nichts passiert. Und jetzt will ich in diesem Markt handeln. Okay. Schwein gehabt haben Sie doch noch platzieren können. Das heißt, ich hatche jetzt in diesem Fall meine eigene Position. Meine mittelfristige Long-Position kann ich jetzt nach meinen Zielbereichen hedgen mit einem Ziel, hier unten Minimum bei der 31. Da will ich hin mit der Geschichte. Und ein Stück verschieben. So. Da unten will ich hin. Und da wir sechs Punkte Stop haben, gehen wir bei zehn Punkten auf jeden Fall mit der gehetchten Position gehen wir auf jeden Fall Short. Und mit der Short-Position gehen wir hier auf jeden Fall Break-Even. Ja, wir haben heute Abend Fett. Ich weiß. Heute Abend haben wir die Fettsitzung und wir haben auch Verfall. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Okay. Den Plan für den Euro verständlich, klar, nachvollziehbar. Diese Geschichte gehe ich jetzt ein, weil ich sie ohne diese Long-Position eh gehandelt hätte. Das wäre genau mein Tagesplan gewesen. So würde mein Tagesplan für heute ebenfalls aussehen. Diese Nummer entweder hoch, runter und dann wieder hoch oder direkt runter und dann hoch. In beiden Fällen haben wir als Ziel oben, was haben wir gesagt? Wo ist das Ziel? Ich kann schon mal die Farbe ändern. Rot und Blau ist Violett. Ziel ist für beide das Gleiche. Geht doch. 1, 14, 0, 6. 1, 14, 0, 6. Das heißt, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, ich soll vielleicht das Ziel davor schreiben. Ziele, Rot und Blau, 1, 14, 0, 6. So. Ja, ich weiß. Taucht der Scheiß wieder irgendwo auf und guck mal, schreiben kann er auch nicht. Diese Flechzange. So. Und so haben wir einen fertigen Plan. Das heißt, ich habe hier noch die Möglichkeit, eventuell, wenn meine Long-Position hier unten ausgestoppt werden sollte, habe ich auf jeden Fall Short nochmal irgendwie 30 Punkte mitgenommen. Ich habe aber eine viel bessere Chance, da unsere Zielbereiche sehr gut funktionieren, habe ich eine viel bessere Chance, jetzt diese Geschichte hier nach unten mitzunehmen. Und wenn er mir hier unten eine Umkehr macht, dann arbeite ich sogar hier unten nicht mit einem Take Profit, sondern ich arbeite hier unten mit einer Limit Pull Back. Die allerdings muss ich da oben drüber legen als Reverse und dann diese Geschichte drei Punkte Rücklauf verpassen. Zack. So haben wir das. So. Jetzt kann diese Position von hier oben nach unten laufen, würde das Ding hier unten drehen mit drei Punkten Rücklauf, würde meine Short-Position schließen und meine Long-Position hier unten aufstocken, um es nach oben laufen zu lassen. Das ist mein Plan, den wir hier fertig haben. Dann verständlich soweit, nachvollziehbar. Screenshot gemacht. Ich bin GM, bist du in der Hedge-Position schon drin, klar. Die Long-Position haben wir laufend, schon seit gestern, seit der 1.12.63 läuft die Long-Position. Und diese ist jetzt mein Tages-Pensum, die andere lasse ich in einer anderen Strategie weiterlaufen. Völlig separat von der läuft meine Long-Position weiter. Meine Long-Position ist bei 1.13.18 abgesichert mit 55 Punkten Gewinn. Das hier ist jetzt mein Tageswerk, was ich ja versuchen will, morgens bis 10 Uhr abzuschließen. Darauf, ich weiß, Carsten und Lotz, könnt ihr euch jetzt wieder eure Gedanken machen. Genau das werden wir auch in dem Webinar auseinanderpflücken, was wir Ende Juni machen. Und wir wollen ja erreichen, dass wir morgens zwischen 9 und 10, wenn alle anderen Händler aktiv wären, wenn die anfangen zu arbeiten, dann wollen wir ja nach Hause gehen. Normalerweise brauche ich heute Morgen nur aufstehen, meinen Stopp nachziehen auf die 55 Punkte. Dann habe ich mein Wochenziel drin aus der Position von gestern und hätte mich wieder ins Bett legen können. Dann wäre das Ding erledigt. Okay, dieses Ding ist besichert. Den BE, den ziehe ich etwas weiter runter auf die 13. Weil ich möchte gerne unter diesen Zielbereich kommen hier. Erst unter diesem Zielbereich würde ich den Stopp Breakeven ziehen. Theories, alles gut, Praxis fehlt noch. Limit genau, wo? Der Stopp für diesen Short liegt über diesen Hochs. Es geht ja nicht um meine Marken, es geht darum, dass ihr die Logik dahinter versteht. Mein Stopp liegt bei 72. Entry ist bei 65. Die Long Limit Pullback liegt bei der 31. Und bei der 31 würde ich diese Position drehen. Und bei der 31 würde ich diese Position drehen. Mein lieber Markus V., ich habe dir meine Mobilnummer da reingeschrieben. Melde dich bitte mal nach dem Webinar. Ich habe dir auf deine E-Mails oder auf die Kontaktformulare auch geantwortet. So ist der Plan. Okay, das sind die Marken. Wenn diese Position hier unten gedreht wird, springt das hier. Den TP habe ich ausgeschaltet. Der SL springt automatisch auf 10 Punkte. Ich arbeite hier mit einer Limit Pullback, die dann mit 10 Punkten Stopp ausgelöst wird. Okay, das heißt, wenn er diese Short-Position schließt und die Long-Position aufmacht, damit diese Long-Position mit 10 Punkten Stopp eröffnet. Was auch gar nicht schlimm ist, weil die Short-Position würde er in dem Fall mit 34 Punkten schließen. Bleiben immer noch 24 Punkte übrig. Okay? Okay. So. Was hier passiert? Da. Hier haben wir unseren Verlauf von gestern. Unsere Strecke, die wir gestern geplant hatten. Die gleiche Strecke hatten wir vorgestern geplant. Und dieses Muster haben wir dann einfach nur etwas verschoben. Okay, er darf hier hoch und soll dann hier runter. Und hier unten hat das sogar unser Ziel angelaufen. Wir haben allerdings gestern dann hier, als er diesen Bereich hier unterschritten hat, dieses Tief hier unterschritten hat und dann wieder zurück ist, haben wir unsere Position geschlossen. Die eine Position kam gestern von der 12.920 und die andere haben wir gestern früh im Webinar hier bei 8,70 oder 8,65 aufgestockt. Und damit haben wir die eine Position gestern mit 260 Punkten geschlossen, gleich direkt, als er hier runter ist. Und in dem Rücklauf haben wir die zweite dann geschlossen mit 150 Punkten. Da haben wir gestern 410 Punkte rausgeholt und haben dann gestern Nachmittag bei der, mit dem Pater Nostern, bei der 640, hier in diesem Bereich, genau, haben wir gestern Nachmittag nochmal geschortet, weil wir gedacht haben, okay, die Flagge ist zu Ende. Hier haben wir noch die Flagge etwas weiter gezogen. Hier würde ich diese Geschichte jetzt direkt wieder aufnehmen, wenn wir einen Trendbruch haben und die Flagge nach unten verlassen. Wir haben hier jetzt schon eine Abwärts-Trend-Definition, die ich jetzt ganz gerne schon mal starten würde, mit dem Stop über den Hochs, da oben drüber. Den Take-Profit würde ich Minimum auf 200 Punkte legen, in diesem Fall da. Dann landen wir nämlich unter diesem Tief von gestern. Diese Position würde ich aufstocken in dem Moment, wo wir da wieder unten drunter gehen und hier diese Nummer kaputt gemacht haben. Wir haben hier eine Abwärts-Trend-Definition in einem intakten Aufwärts-Trend und wenn wir dieses Tief hier rausnehmen, dann würde ich diese Position aufstocken. Und wenn wir dann auch noch parallel dazu diese Flagge, diese Linie hier verlassen sollten und die hier nach unten brechen, würde ich diese hier sogar verdreifachen. Also Entry einer jetzt mit dem Bruch von diesem Tief, aufstocken bei 12.678 und bei 12.652. Diese Marken merken, wir sind rein jetzt bei der 6.966 und wir stocken auf bei der 52 und wenn wir dann 60 Punkte vorne sind, dann muss der Stop break even. Hier bin ich durchaus, nachdem wir auch die 12.750 nochmal angelaufen haben, bin ich durchaus bereit, die Short-Nummer weiterzuziehen, sogar in Kauf zu nehmen, dass wir jetzt runterlaufen bis an die 12.300. Wir haben hier, wir haben seit dem 14. Mai einen Lauf von der 10.200 bis zur 12.900, also 2.700 Punkte, 2.700 Punkte haben wir in einem Rutsch in drei Wochen durchgezogen. Also ist es gar nicht so verkehrt, dass wir sogar bis zur 11.500 mindestens korrigieren können oder sogar ohne irgendein Long-Setup für die Optimisten hier, ohne irgendein Long-Setup zu gefährden, können wir sogar laufen bis an die 11.200. Bis dahin passiert noch überhaupt gar nichts. Selbst dann haben die Bullen noch die Oberhand und die Optimisten dürfen immer noch dabei sein und ihren Optimismus weiter ausstrahlen, den ich trotzdem nicht teile. Aber Meinungsfreiheit ist ja auf jeden Fall hier noch gegeben, auch wenn die woanders vielleicht nicht mehr gegeben ist. SL 60 Take Profit 200, habe ich gesagt, mein Lieber. Okay, so viel zu dieser Geschichte, die wir hier ganz entspannt laufen lassen können. Auch hier sollten wir uns mal einen kleinen Plan machen, vielleicht. Und hier sieht mein Plan dieses Szenario vor. Und dann hier runter, da hin, eventuell sogar noch ein Stück tiefer bis dahin. Wir haben Verfall. So lange kann sich die ganze Kiste hier noch hinziehen, also sprich bis übermorgen. Und dann haben wir hier unten die Ziele, die da dran stehen. So, Lutz-Size haben wir dann auch gepackt. So ist der Plan im DAX zu sehen. 11.45, 11.2.16 wäre das übergeordnete Ziel. Als erstes, wie gesagt, wir sollten mit der Position jetzt bis an die 11.5 runterlaufen. Erstmal, wenn wir die 200 Punkte vorne sind, können wir neu entscheiden. Die dritte Linie würden wir hier unten ausbilden bei der 12.346, was auch das übergeordnete Ziel ist. Das heißt, wir können selbst bei dieser Position, könnten wir auch den Take Profit auf die 355 legen. Zack. Und dann sind wir mit der Geschichte ganz gut dabei. Okay. So, dann schauen wir uns mal noch die Geschichte an, die wir gestern auseinandergepflückt haben. Wir haben gestern die, die nehmen wir mal in einem anderen Chart, nämlich da. Wir haben nämlich gestern noch gesagt, pass auf, wir haben, die nehmen wir jetzt mal raus. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier einen Kopf, wir haben hier eine Schulter. Die rechte Schulter ist aus dem Ruder gelaufen, auch im Stundenchart zu weit hoch gelaufen. Das sieht im DAX ja auch noch ein bisschen komisch aus. Deswegen auch im DAO die gleiche Geschichte. Wir sehen aber, ich habe gestern noch gesagt, vor DAO Pro bin ich vorsichtig, weil wir eben diese Formation haben. Und wir haben hier den Einstiegsbereich nicht ganz angelaufen und den Zielbereich auch erst gestern Nacht. Da wir diese Formation hier hatten im Einstundenchart, dass wir hier eine saubere SKS hätten kriegen können, die er dann aber hier kaputt gemacht hat, eine saubere SKS hätten kriegen können, wollte ich diese Position dann auch nicht weiter halten. Und dadurch ist diese Kiste auch dann break-even rausgeflogen. Okay. Und hier sind wir noch nicht ganz break-even. Wir haben bei 66 diese Nummer, die kann man jetzt ganz entspannt sogar. Wir haben bei 66 haben wir geshortet. Da bei 66 geshortet. Wir sind bei 54, Tagesziel 12 bis 15 Punkte. Die Uhrzeit sagt jetzt 8 Uhr und 38. Das heißt, die anderen Händler stehen jetzt erst auf. Ich bin schon bei meinem zweiten Kaffee. Ne, ich wäre gerne bei meinem zweiten Kaffee, bin ich aber nicht, weil ich habe keinen mehr. So, so besser. Diese Position kann man hier ganz entspannt jetzt sogar mit dem Tagesziel schon schließen. Könnte ich jetzt morgens um 8.38 Uhr sagen, Feierabend, der Tag ist für mich gewesen. Okay, da ich meine Long-Position drin habe, die mit 55 Punkten abgesichert ist und diese jetzt ebenfalls break-even abgesichert ist, diese Short-Position, ist es mir ziemlich egal, was hier jetzt passiert. Ideal ist es logischerweise, wenn der jetzt nach unten fällt und hier nachher den Drehrumbum macht und das Ding nach oben wieder mitnimmt. Viel mehr kann oder will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Sind Fragen dazu? Auch wenn Carsten und Lutz sich jetzt wieder auf die Schenkel klopfen und sagen, gucke, da ist er wieder. Die Pater Noster kriegen einen separaten Link für dieses Webinar, was wir hier geplant haben. Sind Fragen zu den Setups von heute? Dass ich hier eine LPO drin habe, die hier mit drei Punkten Rücklauf. Okay, Ben. Okay. Okay. Ist ja gut. Man hat mir einen neuen Kaffee gereicht. Das ist das Service, ne? Ich wollte gerade sagen, Wahnsinn. Ja. So geht das, ne? In der neuen Tasse. Die Tasse müsst ihr euch anschauen. Mein Liebling. Da. Den werde ich jetzt aussaugen. Den Jungen. Okay. Also auch diese Position ist jetzt abgesichert. Die ist break-even abgesichert. Auch die ist mir ziemlich egal. Hier haben wir den Plan ebenfalls fertig. Da bleiben wir an der Seitenlinie. Der ist mir tagsüber scheißegal. Da handele ich nur. Warum nur mit 0,5 Lott? Aus dem ganz einfachen Grunde, das ich bei Präsentationen mir angewöhnt habe. Ich habe mich sogar schon verdrückt. Ich handele hier in den Webinaren normalerweise nur mit 0,1. weil ich hier gerne mal in diesen Charts rummale und in diesen Charts hier mal eine Linie ziehe. Und dann passiert das immer genauso wie hier. Jetzt habe ich hier eine Linie gezogen. Wenn ich die jetzt hier irgendwie anfasse. Da guck mal. Hast du gesehen, was passiert ist? Ich habe jetzt nur diese Linie markiert und schon hat er meine Sales Stopp nach unten gezogen. Da ich kein Demokonto habe und alles im Live-Konto mache, alles, habe ich mir angewöhnt, in diesen Präsentationscharts hier mit kleineren Positionsgrößen zu handeln. Meine Position in meinen Konten. Erstmal geht euch mal eine Positionsgröße. Warten Scheißrecker. Sie ist meine Handelsgröße oder Positionsgröße dürfte bekannt sein, wer ein paar Webinare von mir kennt. Und zweitens handelt ich die auf meiner zweiten Plattform hier links. Punkt A, damit ihr es nicht seht, weil das geht euch nichts an. Und hier ist es nämlich genau so, dass wir das Problem haben, wenn ich hier mit irgendwelchen Linien hin und her schriebe, dann verschiebe ich einen Stopp. Dann verschiebe ich dann diese Order hier und solche Geschichten. Und das ist mir ein paar Mal passiert, war ein paar Mal sehr teuer. Und ich glaube, es ist genug, dass wir euch hier kostenlos einladen, dass wir uns den Allerwertesten aufreißen, um euch auch ein bisschen was zu zeigen. Dafür noch Geld ausgeben, sinnloserweise. Ich glaube, das muss nicht sein, oder? Okay, und damit will ich mich auch für heute verabschieden. Wir sehen uns wieder, Nelson, nächsten Donnerstag oder? Ich schaue mal, wann der nächste Termin ist. Ja, ja, 18. Hört ihr, wie er sich quälen muss, wie er sich hochquälen muss vom Sofa? Jetzt hat er die ganze Zeit mit dem iPad auf dem Sofa gelegen, schön ins Kissen geküttet. Oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch einen Rechner, einen Kalender gucken. Interessante Idee, muss ich mal drüber nachdenken. Auf der Couch, das kannst du hier verfolgen. Schön wär's. Nein, nein, also Donnerstag, 18. Dann ist es auch wieder Donnerstag, kein Feiertag mehr und dann geht's gewohnt weiter. Ja, also wir werden nächste Woche, werden wir auch unsere Wohnmobiltour diesen Sommer starten. Das heißt, der reisende Händler wird seine Tour starten. Wir werden auf dem Inweg noch mal seine Enkelkinder besuchen und dann werden wir wohl dieses Jahr die Tour fahren unter dem Titel Grenzerfahrung. Grenzerfahrung heißt unter zwei Aspekten. Einmal werden wir die deutschen Außengrenzen abfahren, auf jeden Fall bis hoch in den Norden, die südlichen Grenzen und dann die polnische Grenze hoch bis nach Rügen. Und dort werden wir dann entscheiden, ob wir die Grenze überschreiten können und nach Schweden übersetzen. Dort werden wir dann die Grenze Schweden-Norwegen abreisen. Norwegen werden wir nicht betreten dürfen und dann an den Außengrenzen von Schweden an der finnischen Grenze runter und eventuell in Finnland dann die russische Grenze Richtung Süden bereisen. Diese ganze Tour wird minimum sechs Wochen, eventuell auch zehn, zwölf Wochen dauern. Das wissen wir noch nicht, das werden wir sehen. Wenn ihr uns begleiten wollt und ein paar Webinare von der russischen Grenze sehen wollt und vielleicht auch ein paar schöne Bilder von ein paar guten Tieren oder schönen Tieren, schöne Natur und uns verfolgen wollt, könnt ihr das auf unserer Facebook-Seite tun oder selbstverständlich hier in den Webinaren, die wir regelmäßig mit FXLED dann auch von den schönsten Plätzen an den Grenzen Deutschlands und Skandinaviens dann abhalten werden. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und damit verabschiede ich mich für heute und sage danke. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was sehen und hätte Fahrradkette. Man hätte sogar sauber heute Morgen hier seine Position mit zwölf Punkten schließen können. Dann zeigen wollen wir, dass es einfach ist, wenn man seinen kleinen Arsch morgens aus dem Bett bewegt, auch sein Tagesziel morgens um halb neun einzufahren und jetzt aus dem Fenster gucken, was haben wir für ein Wetter und was machen wir heute. Im Sinne wünsche ich euch jetzt ebenfalls einen schönen Tag. Meiner ist gleich vorbei. Wir haben mit den Pater Nossen und unseren Stammkunden heute Nachmittag noch mal ein Webinar vor dem Wochenende um 15.15 Uhr. Und ich hoffe auch da auf zahlreiche Teilnahme. Bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt sauber. Wie gesagt, Nelsen, passen Sie auf Ihre Position auf. Ich sage, passt auf eure Position auf. Pass auf. Uff, pass auf. Und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Schönen Feiertag morgen. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Musik 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 Musik